Hallo, hier ist der Martin von Money Man Keys, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 20.07.2020. Und gestern, bzw. was heißt gestern, am Freitag, am Freitag und am Donnerstag haben wir unseren DAX ein bisschen als wackelig bezeichnet, einfach so von der Bewegung, wie er so hochgekommen ist, das wirkte nicht ganz so sicher, standhaft und so weiter und so fort, aber es ist so ein bisschen, ich finde das Bild, das passt ganz gut halt, das ist zwar jeden Tag wackelig, aber am Ende kommt er trotzdem höher und höher und höher und auch wenn ich jetzt schon wieder schaue, wie jetzt der Tagesschluss vom Freitag gewesen ist, wenn ich mir anschaue, wie stabil und kräftig diese Wochenkerze eigentlich ausschaut, ist das was, was man so eigentlich gar nicht mitkriegt und das ist eigentlich typische Bullenmarkt, denn das hat man relativ häufig, dass der DAX eigentlich spürbar gar nicht steigt, bzw. dass es recht schwer ist, gerade mit Hebelprodukten, Intraday dann auch die großen Long-Gewinne zu holen, weil es einfach ewig dauert, aber der Markt kommt trotzdem von Tag zu Tag zu Tag zu Tag immer weiter höher und drückt sich hoch. Sie erinnern sich an das, was wir im Tagesschart gesagt haben mit den Tageskerzen, solange der draußen am Band bleibt, dass er da auch noch locker eine ganze Weile dran lang steigen kann. Wir haben hier unseren Zwei-Stunden-Shart, der ihm nach oben noch ein Fenster aufgibt, dann haben wir hier so einen korrektiven Müll dazwischen, das sieht ein bisschen aus wie eine Flacke, sieht ein bisschen aus wie so ein sehr flacher Aufwärtstrend, mir persönlich ist es schon zu weit für eine Flacke, also ich sage immer so, auch in Seminaren, die Flacken, die sich lohnen zu traden, sind halt die, die auch tatsächlich hier in unteren Bereichen bleiben und flacher sind und das hat man auch gesehen, er hatte ein, zwei Trendbrüche schon drin, er hat versucht, diese Aufwärtsbewegung zu brechen und ist immer wieder nach oben rein. Jedes Mal, wenn man dachte, jetzt fällt er, hat er das genutzt, um die Leute, die dort Short rein sind, halt nach oben zu ziehen und oben raus zu drücken. Ich finde es, also ich finde es weiterhin mega spannend, so vom Umfeld her, weil ich gucke auf sowas gerne, ne, wie sind die Leute drauf, wie ist so die Stimmungslage und schon immer so ein bisschen mit dieser Erkenntnis hinterher, dass die meisten einfach nicht richtig liegen halt, ne, und gerade die, wo Emotionen im Spiel sind, die, die richtig emotional werden, die voll mit den Nerven durch sind, weil sie in welchen Positionen noch drin hängen, das ist immer so für mich die Fraktion, wo ich sage, da muss noch was kommen, dass es die auch raus dringt und dann geht das in die andere Richtung, aber es geht immer so ein bisschen dahin, wo der Schmerz ist einfach und deswegen gucke ich da sehr gerne und momentan merke ich, dass es auf beiden Seiten nach wie vor, wir haben das in einem der letzten Videos schon mal mitbesprochen, wie krass extrem die Leute momentan so sind, ne, also auf der einen Seite liest man jetzt jeden Tag Crash, 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 Crash und auf der anderen Seite aber auch die, die sagen, ey, scheiß drauf hier, ich kaufe hier nach halt, ne, wo kann ich rein, wo kann ich noch kaufen, hier wird nichts mehr fallen, hier fällt auch nichts mehr, nie mehr kommt das da runter, ne, und wenn hier irgendwas nochmal kommt, dann wird einfach ein neues Rettungspaket gemacht und dann steigt er weiter, also das sind echt krasse Gegensätze, wo ich sage, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass beide gewinnen, die Frage ist bloß, was muss er tun, damit er beide prellt und ich glaube, die, die Schurzen sind enger an der Kapitulation momentan dran, ich könnte mir deswegen vorstellen, dass wir noch nach oben ein paar Stiche sehen, vielleicht auch am Montag noch einen Stich sehen, am Dienstag noch einen Stich sehen, vielleicht die ganze Woche noch einen Stich sehen und dann wieder zurückkommen, weil ich sage mal, die, die jetzt groß Aktien hier gekauft haben, in totaler Euphorie und totaler Überzeugung, dass alles sich noch verhundertfachen wird hier dieses Jahr, die gehen nicht gleich raus hier halt, ne, die sind ein bisschen längerfristig georientiert, das heißt, die kann man hinten raus dann schön spielen, aber die Leute, die hier schon drinnen sitzen, die haben einen kürzeren Leidensweg halt, ne, da muss ich nicht erst auf eine 13.800, um die alle zu liquidieren, da reicht wahrscheinlich hier schon mal über eine 13.200, über eine 13.300 rum und da brechen die Nerven dort sowas von weg und dann sind die Shorts alle raus, ne, und dann kann ich schön nach unten losziehen oder könnte nach unten losziehen und deswegen fände ich das ganz interessant, aber, ähm, das, ich kann mir das nicht vorstellen, dass so aggressiv wie jetzt reingekauft wird, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir übers, übers Allzeithoch im DAX drüber kommen dieses Jahr noch, also, das würde mich stark verwundern, das ist wie unten an der 8.000 halt, ne, da war das auch so, alle total davon überzeugt, dass die 7.500 dort noch kommt, ne, und, äh, dort hat jeder gesagt, nee, ich kaufe nicht, wir haben, wenn wir im Tagessort gucken, wann haben wir unseren, unseren Sparplan-Idee vorgestellt gehabt, im Premium-Dienst, hier unten war das gewesen, ja, auf dem Tag, ähm, haben wir, glaube ich, das Mail runtergeschickt, wir fangen jetzt an, ETFs zu besparen, wir fangen jetzt an zu kaufen, ähm, und das auch nicht alles gleich, sondern verteilt über die nächsten Wochen, einfach reingehen, ähm, hier einfach reinbauen, damit man auch für den Fall, dass er unten, und da ganz viele, die gesagt haben, ah, Martin, und nee, ich warte noch, ich will noch eine 7.500 sehen, ich will noch eine 7.000 sehen, ich will den DAX noch deutlich unter 8.000 sehen, da haben so wenige mitgemacht, ne, und dann kam die Bewegung nach oben, und dann, dann wurden die richtig aggressiv hier oben, ne, dann, sie haben es ja mitbekommen, die, die das Video gesehen haben, da haben wir das jeden Tag, haben wir das erzählt, dass die Leute unbedingt die 7.500 wollen, und ach, das wird nicht steigen, und so weit wird er nicht steigen, und jetzt gucken sie, wo er steht, so, und jetzt merke ich, dass dieses, dieses, dieses Gefühl dreht, ne, also hier sind jetzt plötzlich, hier ist so, so viel Euphorie im Markt plötzlich drin, dass ich glaube, das wird schon schwierig, dass wir das hier rausgeboxt kriegen, ne, also weil, das ist schon wieder, das, hier verkaufen gerade so viele, in dieser, in diesen Wochen haben so viele Short-Produkte verkauft, ne, auch Short-ETFs verkauft, und sind jetzt in Aktien reingegangen, und das ist für mich ein großes Warnsignal, ähm, weil schon das, man das schon immer sagen muss, dass die Masse einfach oft falsch liegt, also nicht immer, aber oft, so, und das heißt, für mich ist es aus technischer Sicht, natürlich interessant zu gucken, okay, wo stehen wir denn, so, und wir haben hier oben nach wie vor diesen Bereich, um diese drei markanten Tiefs, und wir sind noch nicht so richtig durch, ne, und der Markt klemmt noch hier unten unter diesen drei Tiefs, das heißt, das ist ein enormer technischer Widerstand, den wir vorhin unten hier einfach nehmen, genau wie die 8000 letztendlich ein enormer Widerstand von oben war, oder eine Unterstützung vielmehr, ne, aber hier drunter, ich sag mal, wenn er hier nochmal wegdreht, hat er schon die Möglichkeit, nochmal ein bisschen zurück, vielleicht auch auf eine 200-Tage-Linie nochmal zurück, dort könnte er dann zeigen, wie er sich, wie er sich fangen kann, wie er sich halten kann, nimmt er die nicht, dann nochmal hier oben auf die hoch zurück, also, hier ist schon noch Potenzial, aber solange er jetzt nach oben treibt, würde ich trotzdem sagen, und es sind nämlich auch kurzfristig noch viele, viele, viele im Short drin, viele, die teilweise seit hier drin hängen, ne, also, wer bei uns im Dienst ein bisschen, also nicht mal im Dienst, die müssen gar nicht im Premium-Dienst sein, im, im Chat auf unserer Seite, wer sich da mal registriert hat, kostenlos, und unseren Chat lesen kann, da gibt es ja einige von denen, die hier einfach bei 13.200 Short-All-In-Stops haben halt, ne, und das ist, es ist halt, es ist halt sowas, was, wo ich oft sehe, dass es nicht funktioniert, und mein Verdacht wäre da, daher tatsächlich die Woche, dass wir hier oben dran schlagen, ne, dass das so vielleicht ein möglichst Wochenhoch wird, die 13.300, dass wir so 13.200, 13.300 einfach mal dran stoßen, dort einfach die, die letzten Shorts noch rausreißen, die es noch rauszureißen gibt, und dass wir dann, auch für die Woche schon wieder nach unten drücken, und vielleicht nicht mal einen Wochenschluss über der 13.000 dann schaffen, sondern so Stück für Stück einfach langsam wieder runterkleckern, so wie wir jetzt hochgekleckert sind, das kann sich durchaus ein bisschen hinziehen, ne, dass man vielleicht so bis 12.500 dann von hier oben wieder nach unten kleckert, langsam entspannt, und dann muss sich hier zeigen, wie stabil bleibt der Markt, ne, fängt er hier an zu rutschen, zu drücken, wird er hier auf die 12.000 nochmal zurücksetzen, drückt er hier weiter, geht es nochmal auf die Stufe, ne, das sind so die drei Stationen, 12.5, 12, so 12.40 eher, ne, und hier die 11.55 beziehungsweise 11.300 oder sowas, das wären von oben die Anlaufpunkte, wenn uns jetzt der Ausbruch hier nicht gelingt. Gelingt uns der Ausbruch aber, und der DAX stellt sich jetzt hier lang, und deswegen würde ich schon sagen, vielleicht zum Wochenauftakt, eher mehr den Blick nach oben haben, auch vielleicht zu versuchen, gerade für die Intraday Trader, vielleicht auf der langen Seite noch zu probieren, was mitzunehmen, es ist jetzt nur eine Vermutung, es ist jetzt eine Unterstellung eigentlich, ne, es ist jetzt eine Art der Erwartungshaltung, die ich setze, und das setzt natürlich auch voraus, dass der Markt zeigt, dass er nach oben will, ne, also wenn wir jetzt zum Montag einen krassen Start nach unten kriegen sollten, das sollen sie jetzt nicht aus der Analyse jetzt hier raushören, ich muss jetzt long gehen, weil der Markt bis 13.200 steigt, nein, wenn er Schwäche zeigt, dann geht man dem erstmal nach unten Raum, aber momentan zeigt er nicht viel Schwächer, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir die 13.200, 13.300 noch antippen, hier oben an diese Gapkante einmal dran, dass wir das Gap closen hier oben, an die 12.550, äh, die 13.550, das wäre schon eher bullig zu werden dann, also ich glaube, wenn er das macht, ähm, dann wird es sich auch eine 13.800 aus, äh, aus dem Hut leiern, das ist ja dann nicht mehr weit, ne, das sind jetzt gerade nochmal 1000 Punkte nach hier oben, ähm, das ist nicht viel, das ist nicht viel Bewegung, aber ich kenne unseren Daxx und er macht das gerne, dass er die, dass er einfach diese Gaps, nur, nur, nur die Gapkanten anläuft halt, ne, ähm, deswegen wäre ich, wenn Sie, wenn Sie hier mal schauen, letztendlich war das das Gleiche, ne, hier war so eine Gapkante, hier ist der Gap close gewesen, gucken Sie mal, was er gemacht hat, als das erste Mal an diese, an diese Gapkante ran ist, das war das hier, das ist ja von hier, von 11.250 runter auf, ähm, 10.090, ne, das sind über 1300 Punkte, einfach so von so einer Gapkante weg, und deswegen wäre für mich tatsächlich jetzt hier oben das Interessante, das heißt, ich würde mich vielleicht am Wochenanfang, ein bisschen, äh, vielleicht auch auf der Longseite mit probieren, ähm, bis wir oben die 13.200, 13.300 erreicht haben, oder markante Verkaufssignale nach unten kriegen, ne, aber solange der stabil bleibt, ruhig bleibt, dieses ruhige, das ist immer so ganz indikativ für Aufwärts, für Bullenmarkt halt, wenn der so stabil einfach bleibt, und sich so unheimlich lang auf die Niveaus zur Seite schiebt, und dann irgendwann einfach nochmal die nächsten 20 Punkte nach oben setzt, ja, würde ich schon eher noch bis 13.200, 13.300 ihm jetzt den Raum geben, und dort ganz genau angucken, was er macht, weil wenn er dort zu deutlich nach unten kommt, ähm, wie gesagt, 12.100 und auch 12.000 wären von dort entsprechend mögliche Anlaufziele, so, und dann hätte er zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, dann hätte er nämlich alle, die noch Short rausgehauen, die hier noch Short drin saßen, und sitzen ja ganz viele auch seit hier noch Short, ne, ähm, es gibt ganz viele, die hier noch richtig, richtig lange, äh, schon die Shorts mitziehen, auch in dem Bereich haben ganz viele Shorts aufgebaut, da muss man nicht mal großartig, äh, Wissen haben, das sieht man schon alleine an den Kerzen, und, ähm, die würde er dann hier wahrscheinlich rausschmeißen, ja, so, und in dem Moment, wo er die rausschmeißt, und dann hier runter geht, dann drückt er natürlich alle gleich ins Minus, die hier gekauft haben, ne, und, und dann hat er zwei Fliegen mit einer Klappe, und das, das ist sowas, was man im Dax halt einfach oft sieht, ne, dieses, 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 von Fressnäpfchen zu Fressnäpfchen, deswegen könnte ich mir das gut vorstellen, es ist trotzdem nur eine Erwartung, es ist eine, eine Erwartungshaltung letztendlich, das muss so nicht kommen, Freunde, ja, also dann nicht jetzt mit All-In irgendwie draufgehen, und sagen, ah, das klingt gut, das mache ich jetzt, äh, da hacke ich jetzt hier alles Geld rein, was ich habe, man kann gucken, ob er das anspielt, was wir hier von ihm erwarten, spielt er das an, kann man da mal was Kleines probieren, und wenn nicht, muss man, muss man schon, muss man schon, da einfach ein bisschen sachte machen halt, ne, also überall immer ein bisschen was, kann man mal ein bisschen was riskieren, einen kleinen Teil, und sollte aber so agieren, dass man immer ein bisschen Bewegungsspielraum hat halt, ne, auch wenn da eine lange rote Kerze reinkommt, dass sie, äh, dass sie dann nicht völlig aus dem Konzept kommen, und, äh, Haus und Hof verkaufen müssen, so, deswegen, ich würde das auf, auf Tagessicht jetzt erstmal so darstellen, ähm, denke, der, der Rücklaufbereich liegt dann hier im, im Bereich der 200-Tag-Linie, das können wir vielleicht dann hier so ein bisschen, auf der anderen Seite nochmal ein bisschen zurechtfummeln, und ansonsten müsste man tatsächlich schon sagen, dass, das im oberen Bereich, sonst natürlich oben, das neue Allzeithoch winkt, ist jetzt nicht mehr weit, muss man jetzt öfters mal mit in den Mund nehmen, und, ähm, auch das habe ich Ihnen in den letzten Videos erzählt, es ist keiner aktuell, ich sehe keinen, der im kurzfristigen Trading-Bereich, also so im Intraday-Bereich auch, einfach jetzt sagt, oh, ich habe jetzt einen gut laufenden Long, den ziehe ich jetzt einfach mal auf Einstand, und lasse den auf 13.500 laufen, sowas fehlt mir auch, ne, weil das sind, das ist auch immer typisch, ne, die Leute sitzen hier da, da läuft der Short mal 20 Punkte in den Gewinn, und was machen sie? Oh, ich nehme jetzt einen Take Profit raus, den lasse ich laufen, den lasse ich laufen, bis richtig weit, und das ist, das ist für mich, also ich finde, das ist immer kontraindikatives Verhalten, äh, weil das klappt oft nicht, das zeigt, dass die Leute überzeugt sind von einer Bewegung, und meist passiert das Gegenteil davon, das ist auch nicht böse gemeint, das ist halt einfach so, das, äh, das, das habe ich schon vor zwei Jahren bei, bei anderen beobachtet, das habe ich, also eigentlich auch bei mir selber halt, ne, vor drei Jahren, vor vier Jahren, ich finde das immer ganz wertvoll, sowas zu beobachten, gerade die Leute, die all in gehen, halt, ne, wo, die sich todsicher sind, hundertprozentig sicher sind, dass irgendein Szenario eintritt am Markt, das ist eigentlich nie richtig dann halt, ne, oder zumindestens haben die, neunmal liegen die falsch, als dass sie einmal richtig liegen, ne, und auch so ein Dirk Müller, der, der dann, was weiß ich, die ganze Strecke hier oben immer wieder sagt, es wird fallen, es wird fallen, irgendwann wird es mal fallen, irgendwann wird er auch mal richtig liegen, ähm, tja, gut, okay, da, ja, ne, ich will da nicht weiter drauf eingehen, ähm, auf jeden Fall ist es auffällig, es gibt momentan viele, die nach Cracks rufen, ähm, ich sehe aber von dem, wie investiert wird, dass viel, viele, viele mehr das einfach abtun, und viel zu sicher schon auf der Käuferseite unterwegs sind, und vor allen Dingen jetzt, hier unten, als wir unseren Sparplan reingestellt haben, als wir gesagt haben, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zu kaufen, nein, da haben wir, haben uns Leute geschrieben, Martin, ich habe jetzt meine Aktien erst mal verkauft, hier, also wie gesagt, wir würden jetzt anfangen langsam zu kaufen, haben Leute gesagt, wir haben jetzt erst mal unsere Aktien verkauft, wir machen, gucken uns das jetzt erst mal ein, zwei Monate mit an, so, hier unten hat sich kein Schwein so richtig getraut, da einfach bei Herzen mit zuzugreifen, das waren wirklich wenige, die das gemacht haben, ne, und die meisten, die sind dann hier auch schon wieder rausgegangen aus den Positionen, so, und jetzt hier, nach fast, gucken Sie mal, im März waren wir noch bei 8200, 8200, das sind jetzt 5000 Punkte drüber, fangen die Leute an, total optimistisch wieder zuzugreifen, das ist für mich ein Warnsignal, also das ist für mich wirklich so ein Punkt, wo ich sage, so, jetzt, das muss nicht sein, dass das jetzt heute auf den Tag schon passiert und sich auswirkt, ich kann mir auch vorstellen, dass wir hier noch eine Woche sehen, aber, ich glaube, der ist langsam reif, auch mal wieder ein bisschen, in eine andere Richtung umzukippen halt, ne, glaube ich schon, von daher würde ich jetzt so, schon ein bisschen, so, ich sage mal, für die nächsten 4, 6 Wochen, eher, sehe ich eher mehr Risiko auf der Unterseite, ähm, ich glaube, wir müssen aber noch die, die, die Shorter ein bisschen rausdrücken, und, ähm, dafür würde sich hier so eine 330, würde sich einfach gut anbieten, ne, so, von daher, gucken wir uns das mal an, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich mich hier nicht in der Zeit verliere, wir sind schon sehr fortgeschritten, wir haben hier eine kleine Flagge, sollte die Flagge nochmal nach unten platzen, ähm, deswegen können wir das ja eigentlich mitnehmen, unseren Short Trigger, hätten wir hier dann nochmal Möglichkeiten, ähm, ja, eigentlich nicht viel, äh, Möglichkeit unter, die 12800 drunter zu stecken, von dort würden wir wahrscheinlich schon wieder direkt nach oben durchziehen, und dann können wir sich nochmal nach unten versuchen rauszu, rauszuwinden, aber, da muss erst wieder richtig Schwäche reinkommen, das wird sonst eine schwere Geburt, das wird sonst eine schwere Geburt, hier umzukippen, wahrscheinlich macht die erstmal einen Doppelboden, dann zerrt schon wieder direkt hoch, ja, das wird eine schwierige Geburt, und ansonsten, ja, solange er nicht fällt, bleibt hier oben Ziel, die zwei Ziele, die bleiben einfach weiter giltig, giltig, kann auch sein, dass wir ein kräftiges Aufwärtsgepfchen kriegen, und er diesen, diesen Montag mal einfach nicht closed, ne, das war der, der letzte Montag, der hier, der vorletzte Montag, immer stark reingekommen, immer wieder direkt abverkauft, kann auch mal passieren, dass er einfach jetzt hier eröffnet, was weiß ich, lassen sie in 13.30 reinkommen, und er läuft einfach mal den Montag hoch, das würde dann jetzt auch ganz gut passen, und eben zur entsprechenden Short-Bereinigung führen, und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir dann zum Dienstag, zum Mittwoch, dann eben die Kiste endlich mal wieder ein bisschen umkippen, und anfangen rückwärts zu laufen, ja, ansonsten sollte er zum Montag, wie gesagt, schwächer laufen, wir brauchen unter 12.8, was ist das hier, 12.850, unter 12.850, sollte er schon dann die 12.810 kassieren, das wird nicht einfach, wahrscheinlich würde er da erst mal wieder nach oben rennen, und erst da runter wird es dann wieder negativ, so, und eigentlich sogar erst in dem Bereich hier, ist dann so richtig Short wieder interessant, weil der dann auch Tempo drauf kriegt, alles hier, das ist auf Short-Seite einfach zu undankbar, ne, sie merken es ja auch, wie, wenn man da hier irgendein Signal probiert hat, das hat wahrscheinlich nicht doll, da viel Spaß gemacht. Okay, Freunde, das soweit meine Gedanken dazu, ich hoffe es hilft, ähm, Ihnen einfach ein bisschen was, wie gesagt, das ist so der Versuch, einfach für Sie neutral darzustellen, was ich rechts und links so mitbekomme, ohne natürlich die Garantie, dass das eine oder andere auch so eintreffen muss, ich, wir sind ja auch keine Hellseher hier, ne, wir versuchen bloß neutral einfach so ein bisschen die, die Eckpunkte auszuloten, und, ähm, ein bisschen unseren DAX einfach einzuordnen, ne, was macht er gerne, was wäre typisch jetzt für unseren DAX, und dann daraus eben unseren Gewinn zu ziehen, indem wir dann einfach mitgehen, wenn wir sehen, hey, der macht genau das, was wir eigentlich erzählt haben, und jetzt gehen wir einfach mit, dann machen wir das, ne, wir haben jetzt gesagt, der macht das, und jetzt macht er das, also hol ich mir da einfach noch ein paar Punkte raus, und deswegen machen wir die ganze Show hier, ja, also, viel Erfolg, gutes Gelingen, und, ähm, guten Wochenstart einfach, Tschüss.